Die DRV-News vom 4. Oktober 2024. Wir verklagen Bayern. BSW für oder gegen Legalisierung. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Arwein Medical und Dirkstor Shop. Herzlich Willkommen bei den DRV-News und vielen Dank für über 240.000 Abos auf diesem Kanal. Dieses Danke wäre eigentlich schon vor zwei Wochen fällig gewesen, aber ich wollte noch warten, bis wir hier wieder mit Trickfilm arbeiten können und Spezialeffekt dann auch mit dabei ist. Sonst hat ja sonst ein Traditionsbruch irgendwie, deswegen habe ich das bisher noch nicht gemacht. Ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, hier staunen sich schon die Bedarfe an Videoschnipseln und Spezialeffekten irgendwie. Jetzt ist Videomartin endlich wieder da, jetzt können wir wieder aus dem Vollen schöpfen und noch mehr Videoschnipsel euch nachher zur Verfügung stellen. Zweite Vorbemerkung, aber erstmal noch. Ich habe ja letzte Woche erzählt, dass wir nochmal so eine Aktion gemacht haben Richtung Säule 2 auf Twitter, Tweetstorm und ich kann sagen, der Readmob lebt nach wie vor. Ja, sind nicht alle im Pflanzenanbau irgendwie versackt. Wir haben es geschafft am Samstag, stundenlang Säule 2 jetzt, Hashtag Säule 2 jetzt auf Platz 1 zu halten in den Twitter-Trends oder X-Trends meinetwegen. Und ja, insofern schöner Erfolg, sicherlich wahrgenommen worden von der Politik. Und das kann gerne so weitergehen. Ihr könnt auch gerne weiterhin eure Politiker vor Ort ansprechen und sagen, ich würde gerne noch diese Modellprojekte sehen. Ja, was ist jetzt hier los, warum geht es nicht vorwärts? Aber konkret auch Cem Özdemir und Karl Lauterbach, dass die sich da auskäsen sollen, wer zuständig ist. Das ist nach wie vor nicht passiert bisher. Und es wäre sehr einfach jetzt wirklich Säule 2 noch umzusetzen. Da haben sie eigentlich keinen Grund, sich da noch irgendwie zu verstecken davor oder so. Die müssen nur sagen, okay, wir machen das nicht per Gesetz. Das wird sowieso nicht mehr kommen. Das wird auch nicht mehr durchgehen jetzt in dieser Legislatur, weder durch den Bundesrat noch an der EU vorbei noch sonst irgendwas. Und es gibt auch keinen Gesetzentwurf, denke ich. Wir brauchen die Umsetzung über die Verordnung, über den Forschungsparagrafen, der jetzt schon im Cannabis-Gesetz drinsteht. Wir brauchen nur die zuständige Behörde festzulegen, zwei, drei Stellen einrichten da und dann kann es losgehen. Das ist extrem niedrigschwellig für die Ampelkoalition. Und wenn Sie das noch nicht mal hinkriegen, dann können Sie wirklich auch aufhören. Jetzt würde ich mal so sagen, ja, so nah an Ihrem Versprechen waren Sie noch nie. Auch wenn es vielleicht ein bisschen kleiner wird mit der Säule 2, wenn es einfacher zurückholbar ist sozusagen für eine neue Regierung, die dann einfach keine Genehmigungen erteilt. Aber Sie haben jetzt die Möglichkeit, noch vor der Wahl Projekte ans Laufen zu kriegen, zu genehmigen und auch zu realisieren. Und wenn Sie das nicht machen, sind Sie blöd. Also weiter dranbleiben. Ich bleibe auch weiter dran. Habe natürlich auch nicht nur die Twitter-Aktion da gemacht, sondern auch mit diversen Leuten, Politikern in der Regierung und im Parlament noch mal drüber gesprochen. Sie sind noch mal darauf hingewiesen, dass das eigentlich jetzt kurz vorm Knack ist sozusagen, da man doch noch ein paar Modellprojekte hinkriegt. Aber nur, wenn Sie sich kümmern. Und von daher gerne dranbleiben. Wir verklagen Bayern das Titelthema dieser Ausgabe. Und da muss ich gleich mal auch sagen, wir heißt in dem Fall nicht wir Handverband, sondern wir Bündnis. Obwohl wir ja dieses Jahr einige Prozesse vorhaben und auch Weihnachtsspenden gesammelt haben dafür. Deswegen glauben vielleicht auch manche jetzt, okay, das ist jetzt die Nachricht, geht los mit den ganzen Prozessen vom Handverband. Nein, das ist nicht der Fall, auch wenn es nah dran ist. Wir haben nämlich genau das Gleiche vorgehabt, was jetzt da auch passiert ist, nämlich eine Popularklage in Bayern einzureichen gegen dieses Cannabis-Gesetz, das da Söder und die CSU vordringlich vorangebracht haben. Und Bayern ist das einzige Bundesland, was per Gesetz noch mal weitere Einschränkungen und Verbote für Cannabis erlassen hat. Zum Beispiel Verbot von Cannabiskonsum in allen möglichen Parks, auf Volksfesten, Veranstaltungen und in allen Gaststätten. Überall da, wo Zigaretten geraucht werden darf, darf trotzdem kein Cannabis geraucht werden. Und dafür gibt es halt verschiedene Begründungen, wie man auch gesetzlich, gerichtlich dagegen vorgehen kann. Das eine ist, dass Bayern dafür gar nicht zuständig ist, weil es ein Bundesgesetz ist. Und ja, die können nicht einfach irgendwie über das Bundesgesetz hinaus jetzt noch mal irgendwelche Regelungen fehlen. Insofern ist schon fragwürdig, ob die überhaupt ein Gesetz dazu machen können. Und wenn ja, ist die Frage, sind sie da nicht über das Ziel hinausgeschossen und haben die Grenzen, die das Cannabis-Gesetz entsetzt, nicht überschritten. Zweitens ist natürlich dann die Frage, was mit den Gastronomen ist, ob man da nicht zu sehr in die Berufsfreiheit eingreift. Wir wissen ja, Hausrecht ist schwer zu toppen. Ja, da können die Gastronomen selbst entscheiden, ob sie Cannabiskonsum zulassen wollen oder nicht. Auch Veranstalter können sagen, ja, bei unserer Veranstaltung bitte kein Cannabiskonsum. Kann man nicht dagegen machen, kann man nicht gegen klagen. Aber was da Bayern macht, ist genau das Gegenteil. Sie nehmen den Gastronomen das Hausrecht und entscheiden für den Gastronomen, dass sie eben keinen Cannabiskonsum zulassen dürfen. Das ist auch ein klare Grund. Und insofern Popularklage aus den Reihen des Bundestages tatsächlich. Also es waren insbesondere drei MdBs, Bundestagsabgeordnete, die da mit unterschrieben haben. Rund um Carmen Wege, die SPD, drogenpolitische Sprecherin und auch die einzige Juristin da in dem Kreis und die einzige, die auch im Justiziausschuss ist und da innen und recht auch mit unterwegs ist, während die anderen aus dem Gesundheitsbereich kommen. Aber eben zwei davon auch aus Bayern. Also sowohl Carmen Wege als auch Christine Lüttke als auch Arte Skirpina von den Linken sind alle aus Bayern. Und von daher hat es ja angeboten, da in der Bayern-Drogenpolitik-Riege eine gemeinsame Aktion draus zu machen. Da war ich noch dabei und tatsächlich zwei Betroffene vor Ort von Bayerisch Kraut, eine Start-up, ich sage, kleine Firma, aber auch aktive Mitglieder in unserer Ortsgruppe in München, die eben als Betroffene direkt vor Ort mit dabei waren. Naja, und ich eben nochmal als Interessenvertreter insgesamt für die Rechte der Cannabiskonsumenten und auch natürlich insbesondere für unsere bayerischen Mitglieder, von denen wir besonders viele haben, weil eben die Repression in Bayern traditionell besonders groß ist. Insofern eben auch sehr aktive Ortsgruppe in München und so weiter. Ja, das war der Zusammenhang. Und die Medien sind schon mal ganz gut darauf angesprungen, dass also mehrfach so kurz davor als auch direkt danach, nach dieser Vorstellung auf der Pressekonferenz in München durch die Presse gegangen. Und einen kleinen Bericht, einen ersten Videoschnipsel, zeige ich euch jetzt hier vom Bayerischen Rundfunk von dieser Pressekonferenz. Ein Bündnis aus Bundestagsabgeordneten von SPD, FDP und Linkspartei sowie ein Cannabis-Verband. Sie wollen klagen. Wir glauben, dass der Bayerische Freistaat gar nicht Konsumregeln im Bereich Cannabis hätte erlassen dürfen. Bayerns Vorgehen sei verfassungswidrig, so das Bündnis. Ja, war eine lustige Situation da in diesem Radsgeller in München. Ganz kleiner Raum. Wir haben da wie Hühner auf der Stange gesessen irgendwie und die Pressevertreter auch total vollgeschrammelt da in dem Raum. War sehr kuschelig da, die Atmosphäre. Insofern haben wir auch leider keinen vernünftigen Videomitschnitt. Wir haben zwar einiges Material bekommen auch, was da mit gefilmt worden ist, aber das ist nicht brauchbar hier für die News. Da machen wir euch die Ohren mit kaputt, wenn wir euch das jetzt hier reinschneiden. Dann denkt ihr alle, was ist das für ein Schrammel? Insofern würde auch meine Rede jetzt auf unserem Kanal hier ein Geheimnis bleiben, die ich da gehalten habe. War aber nicht so relevant, weil es sowieso nicht zitiert worden ist. Also zitiert worden sind im Prinzip tatsächlich nur die MDBs. Deswegen zeigen wir euch zumindest gleich noch mal einen kurzen Ausschnitt von den beiden Jungs von Bayerisch Kraut, weil die auch sonst in Medien nirgendwo aufgetaucht sind. Also genauso wenig wie ich, ja, aber weil ich erzähle sowieso die ganze Zeit, was hier, dann sind die auch noch mal kurz im Bild. Da wisst ihr, wer das ist sozusagen. Und vielleicht noch ein Wort dazu, wie das jetzt weitergeht, wie schnell das geht. Also Popularklage ist eine Sache, die nur in Bayern tatsächlich existiert, wo also Bürger gleich sagen können, hier die Normen hätte ich gerne mal überprüft vor dem Landesverfassungsgericht in Bayern. Und zwar nicht nur Leute, die in Bayern wohnen. Deswegen kann ich auch mit unterschreiben. Und das gibt es eben sonst in keinem Bundesland. Man ist also gleich relativ weit oben angesiedelt, muss sich nicht durch irgendwelche Instanzen klagen, braucht auch keine unüberbetroffenen, die jetzt da schon mal irgendwie ein Busgeld bekommen haben oder so, sondern kann gleich vorlegen sozusagen. Und das kann aber dauern. Ja, das kann relativ schnell gehen, kann sein, dass das irgendwie in ein, zwei Jahren erledigt ist. Das ist dann aber wirklich schon schnell eben, also vielleicht auch ein paar Monate. Aber jetzt gibt es auch eine andere Popularklage, die Klambege angeführt hat, die sie selber auch mit eingereicht hat, die jetzt schon seit sechs Jahren da liegt, über das Polizeiaufgabengesetz und über die immer noch nicht entschieden worden ist. Also insofern, ja, das sind immer dicke Bretter mit diesen Verfahren, besonders wenn es um Grundsatzfragen geht, wenn es am Ende vielleicht sogar zum Verfassungsgericht geht, da muss man dann eben doch nochmal eine Instanz weiter. Und bei anderen Verfahren dauert es ja noch länger, wenn man auch von unten her noch mal mehr Instanzen hat. Trotzdem werden wir auch dranbleiben. Ja, also wir machen tatsächlich ja diese ganzen Verfahren, die wir zur Weihnachtsspendenkampagne angekündigt haben. Da sind wir jetzt am Sortieren. Und das war eigentlich eins der Verfahren, das wir selber auch vorhatten, haben uns jetzt eben da bei dieser Initiative angeschlossen, werden aber auch in Sachen Bayern noch eine grundsätzliche Sache selber nochmal durchführen und auch relativ bald damit loslegen. Und auch ein Haufen anderer Dinge, die wir euch demnächst dann vorstellen können hier. Da werden gerade die ganzen Mandate unterschrieben und so. Und dann hat man auch wirklich sagen können, okay, das läuft jetzt mit unserer finanziellen Unterstützung und Anwälten, die wir vermittelt haben und so weiter, wirklich als Prozess los. Und es ist ja, bombenfest sozusagen, bevor wir irgendwas erzählen. Und dann passt irgendwas am Ende nicht. Und dann ist der Prozess gar nicht da, sondern dann erzählen wir lieber, wenn das wirklich wasserdicht ist. Ja, soviel erstmal zu dieser Klage gegen Bayern. Das Ganze übrigens im Umfeld noch des Oktoberfests. Ja, das war natürlich auch noch besonders skurril, da zwischen den ganzen besoffenen Leuten da irgendwie anzukommen. Irgendwie Dienstagabends in München am Bahnhof war lauter, ja, betrogen Leute einfach, durch die man da irgendwie durch musste Richtung Hotel. Das ist irgendwie skurril. Dann hat da besonders irgendwie der Ort, der Prohibitionisten ist, die irgendwie dauernd erzählen, sie hätten was gegen Drogen und so. Also das ist schon lächerlich. Naja, jetzt nochmal kurz die zwei Jungs von Bayerisch Kraut. Deswegen sind wir da eigentlich ganz glücklich, dass wir jetzt da sind und mit der Popularklage hier einen riesigen ersten Schritt machen. Sind aber auch schon geschehen, die haben das auch vorbereitet, dass wir das alles selbst verfassungsrechtlich auch nochmal in diesem Blau zu Gebüte führen, das auch einklagen wollen von unserer Seite aus und mit auch hier Unterstützung aus der Runde. So, zweites große Thema dieser Ausgabe ist das BSW-Bündnis-Sahra-Wagenknecht für oder gegen Legalisierung. Warum ist das wichtig? Wir sagen ja immer auf die Frage, oder diese Befürchtung, dass die CDU nach der Wahl die Legalisierung zurückdrehen wollen wird, also die Teil-Legalisierung, das Cannabis-Gesetz eben, was jetzt eben verabschiedet worden ist, dass sie wahrscheinlich dafür keinen Koalitionspartner haben werden, weil sie wohl mit einer der Ampel-Koalitionspartner-Parteien koalieren müssen, also FDP, Grüne, SPD und die würden wohl alle ein vollständiges Zurückdrehen nicht einfach so mitmachen. Müssen sie ja nicht, was nicht vereinbart werden kann, wo sie sich nicht einig sind, müssen sie ja auch nicht reinschreiben im Koalitionsvertrag und passiert auch nichts. Insofern ist die Gefahr zwar real und die CDU hängt das ja auch sehr hoch, man muss davor warnen, deswegen sage ich ja auch andauernd, wenn die CDU wieder mal damit um die Ecke kommt, dass sie das zurückdrehen will oder möglichst repressiv irgendwie alles auslegen will und so weiter, weil natürlich die dann das versuchen, und das erstmal eine Bedrohung und eine Gefahr ist, aber eben bisher sah es so aus, dass es recht unwahrscheinlich ist, dass da was geht, weil die AfD eigentlich im Bundestag die einzige Partei ist, die das so ähnlich sieht und auch vielleicht mitmachen würde, das Ganze zurückzudrehen. Alle anderen sind für die Reform und auch für eine weitergehende Reform. Insofern wäre das jetzt schwierig gewesen, weil die CDU ja nicht mit der AfD koalieren will. Jetzt haben wir aber das BSW am Start und nach den Landtagswahlen sieht es ja so aus, als würden die vermutlich auch im Bundestag einziehen. Die hatten ja viel größere Ergebnisse als die Linken und da ist natürlich dann die Frage, wenn die sich gegen Legalisierung positionieren, reicht das vielleicht sogar für Schwarz-BSW? Die werden jetzt mal üben sozusagen im Osten, irgendwelche Koalitionen miteinander zu machen oder Duldungen oder wie auch immer, irgendeine Art Zusammenarbeit. Anders würde es nicht gehen, da eine Koalition zu bilden ohne AfD. Und da ist natürlich die Frage, wie stehen die denn jetzt zur Cannabis-Legalisierung? Und das ist vollkommen unklar. Habe ich schon mehrfach gesagt, haben auch in unseren Wahlanalysen für die ganzen drei Landtagswahlen jetzt hier, wo die teilgenommen haben, immer wieder hingeschrieben, es gibt keine Position des BSW zum Thema Cannabis. Die äußern sich einfach gar nicht dazu. Die beantworten unsere Wahlprüfsteine nicht. Im Programm steht nichts. Wir haben keine Position. Und dann habe ich bis letzte Woche habe ich dann immer mal wieder einen Hinweis gekriegt, doch, natürlich haben die eine Position. Da gibt es doch ein Statement von Herr Wagenknecht. Und damit haben wir doch. Das zeige ich euch jetzt mal, dieses Statement von Sarah Wagenknecht. Dann Madame Seegurkchen auf Insta fragt, welche Meinung vertreten Sie in der Cannabis-Legalisierungsdebatte? Ja, also ich finde schon, ich meine, es gibt viele Drogen, die legal sind. Also auch Nikotin ist eine Droge, Alkohol ist eine Droge, Cannabis ist eine Droge, die aber eben jetzt anders als Heroin natürlich nicht diese fatalen Folgen hat. Insoweit finde ich schon, bin ich für Eigenverantwortung. Und ich glaube, dass da jeder auch selber entscheiden muss, was er seinem Körper zumutet und was nicht. Das Einzige, was man ganz strikt auch wirklich bekämpfen und auch mit hohen Strafen verfolgen muss, ist tatsächlich sozusagen, es sind alle Aktivitäten, solche Drogen in Schulen oder überhaupt eben an Minderjährige, an Kinder, an Jugendliche zu vertreiben und natürlich auch kriminelle Strukturen im Hintergrund, die mit Drogenhandel und Ähnlichem zu tun haben. Und wir haben ja inzwischen auch eher noch ein Problem mit bestimmten synthetischen Drogen, die teilweise dann auch wirklich richtig gefährlich sind. Also da, finde ich, muss man auch dagegen vorgehen. Also da gibt es ja auch immer wieder Todesfälle. Aber bei Cannabis würde ich mal sagen, wer sich da irgendwie Gras anbaut, mein Gott, also ich finde nicht, dass das Aufgabe des Staates ist, den also dafür irgendwie zur Verantwortung zu ziehen, solange er das nur für den Eigenverbrauch macht. Ja, also so viel dazu. Erstens ist das kein Statement für eine vollständige Legalisierung. Sie hat nicht gesagt, ich will Cannabis legalisieren oder ich will den Markt regulieren oder Fachgeschäfte einführen. Das wäre ja eine richtige Legalisierung, sondern sie spricht von einer Entkriminalisierung in dem Sinne, wie es jetzt eben auch das Cannabis-Gesetz vorgesehen hat. Man soll die Leute in Ruhe lassen, wenn die konsumieren und wenn die halt sich ihre eigenen Pflanzen anbauen. Aber bei den Händlern muss man schon ein bisschen hinterher sein. Also das war eigentlich genau das, das wird wir jetzt haben. Und außerdem ist dieses Statement von Sarah Wagenknecht von Juli 2023, da gab es noch gar kein BSW. Ja, das hat sie als ihre Meinung mal rausgehauen, bevor das BSW überhaupt gegründet wurde. Und außerdem kann es ja nicht sein, dass eine einzelne Person da alleine ansagt, was die ganze Partei für eine Position hat. Aber seit letzter Woche dann sozusagen ist plötzlich alles ganz anders gewesen. Maischberger, 24.9. Danach haben alle gesagt, wie doch, das BSW hat eine Position, die sind doch dagegen, habe ich gerade erst gesehen. Und das zeigen wir euch jetzt. Soll die Cannabis-Legalisierung rückgängig gemacht werden? Am liebsten ja. Ja. Ja, das war Cebim Daktilin, Außenpolitikerin beim BSW, die bei Maischberger eben gesagt hat, wir gegen das Gesetz und wir würden ganz gerne zurückdrehen. Aber auch das ist natürlich eine persönliche Einzelmeinung. Wenn man jetzt guckt, bei der Abstimmung zum Cannabis-Gesetz, wie das BSW sich verhalten hat, da waren ja ein paar abgespalten, von den linken abgespaltenen Abgeordnete schon im Bundestag drin, ohne gewählt worden zu sein als BSW. Aber die Abgeordneten haben sich da neu formiert. Und da gab es eine Gegenstimme, die war von Cebim Daktilin, soweit ich weiß, und ein paar Zustimmungen, ein paar Enthaltungen. Also auch da eine unklare Haltung letztendlich im Bundestag zum Cannabis-Gesetz. Und solange es keinen Parteitagsbeschluss gibt zu dem Thema, gibt es keine Parteiposition. Also selbst wenn das sehr krass ausgerichtet ist an einer Person und deren Namen trägt und so weiter, kann ja die Frau nicht alleine sagen, was jetzt da die Partei will. Auch da müssen demokratische Strukturen herrschen, auch da muss es Parteitagsbeschlüsse geben zu bestimmten Programmpunkten und so weiter und sagen, dass das nicht passiert ist, hat die Partei keine Position. Fertig, aus. Dann ist ja auch kein Königreich in sich irgendwie diese Partei, sondern auch die muss ja bei den demokratischen Spielregeln mitspielen und sie haben keine Position. Ich habe jetzt noch mal eine neue Anfrage gestellt beim Bündnis Sarah Wagenknechter ins Gespräch zu kommen, Terminanfrage, Gesprächsanfrage, wie auch immer, um da mal zu gucken, wie soll denn jetzt dieser Diskussionsprozess laufen, sich da irgendwie eine Meinung zu bilden und ja, eben reden die mal mit uns sozusagen. Bis jetzt habe ich keine Antwort bekommen. Ich glaube, ich habe Montag angefragt, aber ich habe wohl nicht damit gerechnet. Die werden jetzt auch total vollgeschmissen werden mit allen möglichen E-Mails und das ist auch nicht meine erste Anfrage, sondern ich habe im Januar kurz nach der Gründung des BSW schon mal nachfragen wollen und da habe ich noch nicht mal irgendwie einen Kontakt gefunden. Es gab keine Homepage, keine E-Mail-Adresse des BSW, es gab gar nichts. Dann habe ich im Büro Sarah Wagenknecht angefragt, im Bundestagsbüro und auch da bin ich wahrscheinlich mit 3000 anderen E-Mails irgendwie gleichzeitig eingegangen und habe keine Antwort bekommen. Jetzt rechne ich auch nicht unbedingt damit. Ja, wäre schon schön, wenn was kommen würde, aber es sind auch sehr wenig Leute da. Die Partei, also wir haben beim Handverwalt haben ja zehnmal so viele Fördermitglieder, wie das BSW Mitglieder hat. Ja, muss man sich mal vorstellen und die werden da schon reihenweise in den Landtag gewählt. Kann man sich vorstellen, dass die extrem viel zu tun haben da jetzt und offensichtlich ist Cannabis für die jetzt nicht das große Thema, was sie jetzt unbedingt ganz schnell klären müssen, wie sie dazu stehen. Vielleicht machen sie das auch nie, vielleicht sind das auch vollkommen egal, aber dann ist das natürlich ein Problem. Ja, dann werden die bei Koalitionsverhandlungen auch sagen, ja, wenn die CDU das sagt, dann meinetwegen, ja, ist uns wurscht mit dem Cannabis. Also das ist eine Gefahr auch für Handfreunde, wenn das BSW jetzt da so weitermacht und vielleicht sogar die Linke noch aus dem Parlament verdrängt, die ja ganz klar irgendwie legaliser sind und da wirklich wie eine Eins stehen, da gibt es auch keine großen Diskussionen innerhalb der Linken. Jetzt erst recht nicht mehr, wo die BSW-Leute weg sind. Von daher kann man nur hoffen sozusagen, dass die nicht so weit kommen, dass sie da vielleicht sogar eine Mehrheit zusammen mit der CDU zusammenkriegen, das wäre keine gute Sache für uns. Vielleicht schafft man es ja noch, die in die richtige Richtung zu überzeugen. Na, da müssen wir erst mal ins Gespräch kommen. So, dann habe ich noch ein paar kleinere Nachrichten, weitere Genehmigungen für Anbauvereine. Das geht jetzt Schlag auf Schlag und wird auch langsam unübersichtlich. Da werde ich vielleicht jetzt gar nicht mehr jede Woche sagen, wenn noch neue dazugekommen sind. Irgendwann ist das dann Alltag, weil sowieso immer neue dazukommen. Sondern ab und zu mal so einen Pegelstand melden. Was ja gut ist, ja, geht also deutlich voran. In NRW gibt es den ersten Club in Bielefeld, also auch NRW hat es geschafft, die Schwelle zu überschreiten und den ersten Club zu genehmigen, da rein zu kommen, das ganze Genehmigungsverfahren und so weiter. und jetzt gibt es sogar zwei neue in Rheinland-Pfalz. Einer stand in den Medien, dass er genehmigt worden ist und einen habe ich jetzt heute Morgen mal per Telefon bestätigt bekommen, weil ich sage, wir haben jetzt gerade irgendwie den Bescheid gekriegt und so. Und die sind also die Dritten in Rheinland-Pfalz, zwei innerhalb einer Woche, die seine Genehmigung bekommen haben. Und ich weiß aus einem anderen Kontakt nochmal, auch intern, dass es ein weiteres Bundesland geschafft hat, die erste Genehmigung zu erteilen, da kann ich aber jetzt nicht vorgreifen, da wird wahrscheinlich jemand anders diese Nachricht erstmal veröffentlichen wollen, von dem ich die habe, diese Information. Aber es gibt jetzt noch ein weiteres Bundesland, wo die erste Genehmigung wohl raus ist. Geht Schlagaufschlag weiter. Den Gesamtsaal kann ich jetzt gar nicht sagen, das wird jetzt so langsam Richtung 20 gehen. Die letzte Info, die ich hatte, war 14. Und dann bin ich gespannt auf die nächste Übersicht, wenn irgendwie nochmal ein Journalist alle Bundesländer abfragt. Wir machen das selber nicht, für uns jetzt nicht so ganz entscheidend, wie groß die einzelne Zahl ist. Aber wenn sie schon mal da ist, wenn sie irgendwer meldet, ja, dann bringen wir sie hier natürlich auch gerne. Geht jedenfalls vorwärts. Und auch nochmal eine nette Geschichte, die habe ich ja auch letzte Woche erwähnt, dass der Anbauverein in Greifswald, der erste in Mecklenburg-Vorpommern eine Genehmigung bekommen hat, fast noch verhindert worden wäre auch schon wieder von der CDU im Stadtrat in Greifswald, weil die versucht haben, die Vermietung an diesen Anbauverein durch eine städtische Tochtergesellschaft, so eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die eben auch Immobilien vermietet, dass denen über diesen Weg, weil es eine kommunale Einrichtung ist, vom Stadtrat verboten werden sollte, an einen Anbauverein zu vermieten. und das gescheitert tatsächlich, ja, da haben wir auch wieder nochmal aufgerufen dazu, sich da einzumischen, aber auch ganz viele andere, ja, das war schöne Aufregung offensichtlich da in Greifswald und am Ende hat sie einen unübersichtigen Stadtrat, wo man nie so weiß, da sind so viele kleine Splitterparteien drin und so unterschiedliche Akteure, ja, dass es schwer vorhersehbar war, wie jetzt da die Ergebnisse sein werden, aber sie haben es geschafft, der CDU-Antrag ist abgelehnt worden, die dürfen jetzt da weitermachen und werden sicherlich bald die ersten Pflänzchen dann stehen haben und haben vielleicht sogar jetzt schon das Stehen. Und jetzt kommt noch ein Punkt, wo ich auch drauf gewartet habe, dass ich endlich diesen Videoschnipsel einbauen kann, ja, da habe ich schon seit Wochen heiß drauf, toll, Dirk Heidenblut hat mal wieder getanzt, ja, auf Instagram, ganz großes Kino, heldenhaft, das ist der Einzige im Bundestag, der so sieht wie ich offensichtlich, ja, da man sich selbst nicht zu ernst nehmen sollte, da man ab und zu mal auch mal Blödsinn machen kann. Mein Humor ist Geschmackssache, ja, aber Heidenblut tanzt. Ja, großartig, ja, ich feiere das Ganze, der Typ ist super, der hat ja auch schon, als er angefangen hat mit Instagram und da so in seinem Büro schon sich immer umgedreht hat, weil er so schön dreht und so, ja, also ganz großes Kino, trotz kein anderer Politiker, sich selbst so ein bisschen irgendwie aufs Korn zu nehmen, ein bisschen Selbstironie, ich finde, das tut gut. Dann haben wir im Ortsgruppenfunk noch mal kurz, auch so ein Ding, wo ich schon eine Weile vor mir her schiebe, zu erwähnen, die Ortsgruppe Rhein-Neckar hat nämlich einen Infostand in Ludwigsburg gemacht und der war bereits am 7.9., aber jetzt kann ich euch zum ersten Mal das Bild dazu zeigen, was wir hiermit jetzt getan haben und die Ortsgruppe München haben wir leider keine Bilder bisher vernünftig bekommen, aber die haben natürlich auch einen Infostand beim Oktoberfest gemacht, wieder zweimal, war wieder gut, die hatten auch feste Unterstützung von anderen Ortsgruppen im Regensburg, Dortmund waren wohl da mal mit vor Ort und haben mitgeholfen, das ist natürlich dann immer viel Remi-Demmi, viel Verkehr, viel Leute und so und vielleicht auch viel Kontroverse mit den ganzen Alk-Freunden, aber es war ein guter Stand, haben sie gesagt, wunderbar. Dann Termine, haben wir in Heidelberg die Teamsitzung am 7.10., in Dortmund Gruppenabend der Ortsgruppe am 10.10., in Heidelberg am Infostand, der Ausguberei Neckar am 12.10., und jetzt mal was anderes als sonst, mehrere Sachen, einmal nochmal Dortmund, die Volkshochschule, macht eine, ja, Reihe weiß ich nicht, auf jeden Fall habe ich hier zwei Termine in unserer Timeline gesehen und einer davon ist jetzt schon mal so weit ran, dass ich ihn erwähne, nämlich am 17.10., verantwortungsvoller Substanzkonsum, Fragezeichen, safer use. Und da ist wohl auch ein Präventionsbeauftragter der Stadt Dortmund, die da mit vorträgt oder die wahrscheinlich federführende Kurs da macht, kostet auch ein bisschen, glaube ich, 20 Euro oder so, aber das ist bestimmt interessant, wer in Dortmund ist und Lust hat, sich weiter mit dem Thema zu befassen, ein bisschen Präsenz zu zeigen, wie auch immer, ein bisschen mitzureden oder so, vielleicht nochmal was zu lernen oder mal anfangen, das Thema reinzugucken. Ich finde es auf jeden Fall gut, wenn Volkshochschulen auch dieses Thema mal angehen und wirklich objektiv informieren über Cannabis, Cannabis-Legalisierung und so weiter. Gibt später nochmal einen zweiten Termin, der ist aber jetzt noch so weit weg, dass ich ihn erst später erwähnen werde. Und der letzte Punkt ist auch außergewöhnlich für unsere Liste hier, nämlich das Verkehrsforum des ADAC Nordbayern. Und da bin ich auch eingeladen, was ja auch zum ersten Mal, glaube ich, dass mich der ADAC einlädt, auch eher konservativ strukturiert, sage ich mal. Ich glaube, die machen auch MPU-Vorbereitungen und insofern haben die auch schon öfter mal ADAC sehr unkritisch gesehen, was jetzt diesen sehr geringen Grenzwert angeht und die Verfolgung von Cannabiskonsumenten im Verkehr. Aber scheinbar sind die jetzt eben auch offen bei der Diskussion, mal in Ruhe darauf zu gucken, ob nicht vielleicht auch drei Nanogramm vielleicht auch ein richtiger Wert ist oder ob der vielleicht sogar höher sein kann oder wie auch immer, ob das jetzt wirklich so ein Drama ist, denn der jetzt bei drei Nanogramm liegt. Und allein schon, dass sie mich eingeladen haben, spricht halt dafür, dass sie eben jetzt bereit sind, offen zu reden über das Thema. Und wer da Lust hat, sich irgendwo in Nordbayern befindet, der kann sich das ja geben. Am 19.10. geht von 9 Uhr bis 14 Uhr das Ganze und kostet, glaube ich, auch 30 Euro oder so. Also vielleicht auch was für nur, wenn ihr Verkehrsexperten seid oder was, oder Verkehrspolizisten, keine Ahnung, oder Verkehrsgelbe Engel oder so. Auf jeden Fall, alle, die interessiert, können sich das ja angucken. Weitere Infos in unserer Terminliste wie immer, Link in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch den Link, wenn ihr uns unterstützen wollt, als Fördermitglied beim Handverband zum Beispiel und alles andere an Quellen und Infos, die hier irgendwie zur Sendung beigetragen haben. Und das war's für heute. Abonniert den Kanal, damit wir 245.000 dann in den Blick nehmen können. Aktiviert die Glocke, damit ihr mitkriegt, wenn wir Videos hochladen, auch mal zwischen den News vielleicht irgendwelche besonderen Videos. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und Gruß am Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.